Hallo Freunde, hallo zusammen, in diesem Video möchte ich mal was mit Pigmenten machen, das heißt ich mische mir Pigmente mit Acrylbinder an, werde es dann mit diesem Medium von Bösner noch richtig anrühren, dass man es gießen kann und das möchte ich heute mit euch zusammen machen, ich hoffe ihr seid dabei, ich habe noch die Bilder von den letzten Videos, das ist ja dieses, wo ich die Perlen durchgezogen habe, ist etwas dunkel geworden, aber ich finde es gar nicht so schlecht, wie ich es am Anfang gedacht habe, ist okay, ist gut getrocknet, dann habe ich dieses Video noch, das war ja mal ein bisschen was anderes, wo ich mir die Fäden durchgezogen habe, ist hell geblieben, ist vielleicht etwas verlaufen, aber auch ganz gut soweit, finde ich zumindest. jeder hat seinen anderen Geschmack, und das war dann dieses Blumenbild, wo ich mit der Folientechnik gemacht habe, ist jetzt etwas dunkler geworden, aber eigentlich auch nicht so schlecht, mir gefällt es, ich hoffe euch auch. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns starten, ich zeige kurz, wie ich es anrühre, bei zwei Bechern, und den Rest mache ich dann im Hintergrund, und dann, dann kriegt man ein schönes Bild raus. Also, bis dann. Gut, ich habe hier schon mal was vorbereitet, damit es für euch nicht zu lang ist, aber das ist Gold, das sind schöne Goldpigmente, Ultramarinblau, und hier ein schöner Metalliclack, das ist Bora Bora Turquise, so heißen die Pigmente, super schön, klar, und nochmal weiß, einfach für den Kontrast nachher. Da habe ich noch diverse Pigmente jetzt, zeige ich euch einfach mal, wie man es anrührt, also ganz normaler Acrylbinder, ist denke ich mal egal, von wem ihr das nehmt. Ich nehme den Becher, schütte ein bisschen was rein, also ihr braucht ja da auch nicht so viel, weil wir verdünnen das nachher, entweder mit eurem Medium, oder ich nehme dieses mal dieses Medium glänzend wieder, das ist auch von Bösner, gibt es leider nicht mehr überall, aber ich finde es halt gut soweit. Was nehme ich denn jetzt, da habe ich nochmal echtgelb. Ich habe da verschiedene Pigmente, ich habe hier von Zangenpigmente, wo habe ich noch? Das ist da auch von Bösner zum Beispiel, ein Gold Pigment, das ist dieses hier, und das ist dieses echtgelb. Nehmt da eben nur so eine, sage ich mal Messerspitze. Ups. Rühre die in den Bind da rein. Und dann müsst ihr schon ein bisschen rühren. Und danach am besten ein bisschen stehen lassen, damit sich das, ja gut verbindet, zeig ich mal. Und dann habt ihr hier, das ist echtgelb. Ihr könnt euch da natürlich auch Becher anrühren, und dann, ja luftdicht verpacken. Das könnt ihr ja mit einer Folie drüber, oder sowas machen. So, mach's jetzt mal ein bisschen schneller, einfach. Jetzt nehmen wir vielleicht nochmal eine schöne Farbe. Und zwar, fülle ich mir da wieder was ab. Also nicht so viel. Ich möchte es jetzt dann, also ihr könnt euch das wirklich dann vorbereiten. Also ich bin jetzt nicht der Typ, wo die Farben ewig aufhebt, ihr wisst's ja. Aber ihr könnt es ja dann machen. Das ist zum Beispiel dieses Bora Bora Turquise. Und das ist das hier. Also richtig schöne Farbe. Vielleicht nehme ich das mal hier. Rose Red. Also Rosenrot. Oder Blazepink. Das sind auch Metallic Pigmente. Ich glaube, ich nehme mal dieses Rose Red. Nehme ich im Prinzip auch wieder so eine Messerspitze. Nur, dass ihr es hier mal seht. Dann schön einrühren. Also da ist auch ein schöner Metallic Effekt drin. Bei dieser Farbe. Seht ihr es vielleicht hier? Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. So. Jetzt habe ich im Prinzip meine Farben hier. Soweit vorbereitet. Mit Binder, also mit Acrylbinder. Auch im Prinzip glänzend. Kann ich jetzt mal wegstellen. Und jetzt kommt eigentlich das eigentliche Anmischen der Farben. Ich denke mal, ich mache mal. Ich werde jetzt nicht alle Farben nehmen. Vier Stück. Das reicht. Und nehme jetzt das Medium Glänzend. Also ist ja nichts anderes wie ein Medium. Ob ihr jetzt den Genülkleber nehmt. Oder... Liquitex, was auch immer. Ja, dass ihr es hier einfach nochmal seht. Mache wieder so meine Mischung. Also dieses Mal mache ich, wie gesagt, ein bisschen mehr rein. Ich mache es nur mit dem. Ihr könnt das auch mischen, die sind glänzend. Mit zum Beispiel Vinylkleber. Das mache ich vielleicht im nächsten Video. Und was nehme ich jetzt mal, dass man es gleich sieht. Mal das Ultramarienblau. Ihr kennt ja meine Mischung. 70% Medium. Circa 10% Farbe. Schauen wir mal, wie das rauskommt. Ja, noch ein bisschen hell. Nur vielleicht hier noch, weil die sind ja etwas dünner. Dadurch muss man dann wahrscheinlich ein bisschen mehr nehmen von der Farbe. Aber ihr kennt ja das Spiel. Jetzt ist alles mit Weiß aufgehellt. Und wenn es dann trocknet, kommen ja die Original-Töne wieder raus. So. Das ist okay. Dann nehme ich noch etwas Wasser. Weil ihr seht ja, es ist etwas dickflüssig. Da sage ich halt auch mal ca. 15-20%. Nicht so viel hier. Weil das ganze Material ja etwas dünner ist als eine fertige Acrylfarbe. Weil da ist ja Binde und so weiter alles schon drin. Ja, es läuft gut. Ihr seht es. Das passt. Ich zeige euch jetzt vielleicht noch eine Farbe. Ich nehme das Zurkis. Ich glaube, da müssen wir auch noch ein bisschen mehr rein tun. Komm, dann tue ich ja alles rein. Ist egal. Damit wir nicht eine kräftige Farbe haben. Ich bin dann auch mal gespannt, ob dieses Metallic oder der Metallic-Effekt dann auch richtig rauskommt. So. Sehr hell. Sehr, sehr hell. Okay. Ich mache es so. Ich mache die zwei Farben noch fertig. Ich gebe mal hier noch eine dritte Farbe dazu. Ich weiß es nicht. Da braucht ihr aber nicht jetzt zuschauen. Und dann bin ich gleich zurück. So. Dann legen wir los. Ich habe jetzt alle Farben angemischt. War doch ein bisschen weniger als gedacht. Bevor wir dann zu wenig Farbe haben. Machen wir lieber alles rein. Okay. Jetzt möchte ich dieses Mal auch nicht mit meinem Silikonöl machen, sondern mit meinem Silikonspray von Garamba. Da hatte ich ja früher schöne Erfolge schon gehabt. Auch gerade mit diesem Medium. Darum möchte ich dieses auch noch mal nutzen und schauen, wie es jetzt rauskommt. Ich denke mal, ich mache in das Turquise, in das Rose Red. Und in das Gold, wo heißt Silikonspray rein. Ich stelle die anderen Farben mal zur Seite. Die, die es noch nicht gesehen haben oder wo wir das noch nicht kennen. Ich lasse immer ein bisschen hier drauf sprühen. Und dann auf meinen Finger laufen. Dann mache ich so drei Tropfen rein. Zwei, drei. So, das reicht. Nochmal etwas umrühren. Okay, dann haben wir alles zusammen. Ein Becher. Ich fange mal mit Gold an. Ich werde vielleicht mal einen Flip Cup probieren. Und mische jetzt mal die Farben nicht zu arg. Sondern mache es in Schichten. Ja, gelb ist natürlich wieder. Gelb sinkt trotzdem. Genauso wie weiß. Das ist Ultramarin. Wie gesagt, jetzt natürlich etwas heller. Ich denke mal, ich mache mir den Becher schön voll. Die gleiche Reihenfolge wieder. So. Also jetzt hier. Voll recher. Ich werde den jetzt hier draufsetzen. Ich nehme mir dann nochmal den Becher. Ich werde diesen vielleicht aber etwas mehr mischen. Das heißt, schön von oben rein. So ein richtig tränkiger Becher. Hier kommt noch ein bisschen weiß. Und dann dürfte der Becher jetzt auch schon so weit sein. Ich nehme jetzt im Prinzip die Restfarbe noch. Damit mir die Ränder dann auch voll willkommen. Okay. Okay. Gut. Ihr seht schon, die Zellenbildung kommt schon. Diese Mischung ist natürlich etwas dünnflüssiger wie mit diesem Venue-Kleber. Darum etwas vorsichtiger laufen lassen. Darum etwas vorsichtiger laufen lassen. So. 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 viel Zellen entstehen. Okay, dann würde ich sagen, ich lasse es kurz mal wieder einwirken, so für 10 Minuten und dann zeige ich es euch mal wieder von nahem. Und da dieses Medium recht schnell trocknet, dann denke ich mal, dass ich das euch auch vielleicht dann gleich getrocknet im Anschluss zeige. Dann seht ihr auf jeden Fall auch mal den Unterschied, weil wie gesagt, ich meine, der blaue Streifen ist sehr dunkel, schon, aber es dunkelt natürlich noch ein bisschen nach, dass die Originalfarben wieder rauskommen. Und dann bis gleich. So Freunde, jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Es hat nicht so viele Zellen gegeben und das ist eigentlich das, was mir so gefällt. Hier hat es ganz viele kleine Zellen gegeben. Und hier haben wir ja diesen, ich sage jetzt mal blauen Streifen, diesen langen, wie so ein Meer. Und hier seht ihr es auch gut. Da ist es so der schöne Übergang zwischen gelb und blau. Da bin ich mal gespannt, wie das nachher trocken rauskommt. Dann hier die Steril Puring. Ich denke, das ist ganz gut geworden. Auch ein bisschen pastellig jetzt, aber wie gesagt, es dunkelt ja dann noch nach. Da bin ich mal gespannt. Ich zeige es euch dann, wenn es getrocknet ist. Okay, dann bis dann. Und jetzt das getrocknete Bild. Ihr seht, es ist nachgedunkelt. Und ich zeige euch nachher auch gleich nochmal was. Warum? Ich das Medium nicht mehr nehme. Hier seht ihr, wie es richtig nachgedunkelt ist. Hier habe ich ja diesen Dirty Puring. Die Farben sind schon recht gut ausgekommen. Aber wenn ihr mal seht, man hier seht es auch schon. Hier hat es lauter leichte Hyppel gegeben. Also kleine Poppels, Erhöhungen. Und das macht dieses Medium eigentlich. Und das ist nicht gut. Ich habe gedacht, ich probiere es nochmal aus mit dem Medium. Aber so wie es aussieht, funktioniert es immer noch nicht. Also gut. Ich denke mal, vom Bild her ist es doch ganz gut geworden. Nur mit diesem Medium glänzend gibt es halt solche Punkte rein zur Huppel. Das ist nicht so gut. Okay, dann hoffe ich euch hat es Spaß gemacht. Euch hat es was gebracht, dass ihr seht, das Medium braucht ihr nicht mehr kaufen. Und dann war es das von mir. Dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Bis zum nächsten Mal.